Ich habe halt keine Ahnung über Cybersicherheit, wir haben das nie in der Schule gelernt. Das ist, was AirTags so problematisch macht. Das Leute wirklich Appell an euch, wenn ihr Fotos postet, denkt daran, ihr hinterlasst Geodaten. Jede dritte Frau in Deutschland erlebt körperliche oder sexualisierte Gewalt. Ob es von Fremden ist, von der eigenen Familie oder sogar von den Partnern. Es ist ein großes Feld und es geht uns alle an. Frag lieber nach, als nur zuzuschauen. Und biete Hilfe an, statt einfach weiterzugehen. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsbetroffen und kann hier in dem Maße eben nicht teilhaben. Wenn es einen Job gab, sind wir hingegangen. Meine Mutter hat, glaube ich, drei Jobs gleichzeitig gemacht. Ich würde super gerne mit euch darüber sprechen, was ihr euch anders gewünscht hättet. Auch Menschen, die Dinge nicht erlebt haben, können aktiv etwas tun.